Richard David Precht Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Fünftes Kapitel Ulm Ein Winterabend im Dreißigjährigen Krieg Woher weiß ich, wer ich bin? Die Szene hat etwas Gemütliches. Ein großer, weit ausladender Kachelofen und daneben sitzt ein 23-jähriger Mann, gekleidet in den Winterrock eines kaiserlichen Soldaten. Ein Gesicht, das man sich sehr gut vorstellen kann, weil man es kennt. Von einem späteren Gemälde des großen holländischen Porträtmalers Franz Hals. Die großen dunklen Augen, das eine ein Triefauge wie bei Karl Dall, der breite Mund mit den schmalen Lippen, dabei der minimale Anflug eines Lächelns, kurze Bartstoppeln, dazu schulterlange dunkle Haare, ein Gesicht, so verschmitzt wie melancholisch, intelligent und etwas entdrückt. Doch so bekannt seine Gesichtszüge sind, so unklar bleibt die genaue Szenerie. Denn eigentlich, so schreibt der Mann, sitze er nicht neben, sondern im Ofen. Darunter kann man sich viel vorstellen und in der Tat, das kleine Wörtchen im hat zu vielen Diskussionen geführt. Meinte er vielleicht eine Badestube, eine Sauna, deren es zu dieser Zeit sehr viele gab. Aber warum ist er dann vollständig bekleidet? Oder war es möglich, dass der Ofen so groß war, dass man sich in der Feuerstelle auf einem Stuhl niederlassen konnte? Wahrscheinlicher nannte er wohl das ganze Zimmer mit einem monumentalen Feuergerät darin seinen Ofen, weil es im Schutz vor der Kälte bot. Denn draußen ist es kalt. Es ist ein Wintertag im Jahr 1619 und die Szene spielt in einer bäuerlichen Wohnstube unweit von Ulm. Aber lassen wir den Mann doch einfach selbst erzählen. Ich befand mich damals in Deutschland, wohin mich die Kriege, die dort noch nicht beendet sind, gerufen hatten. Und als ich von der Kaiserkrönung zur Armee zurückkehrte, hielt mich der Winteranfang in einem Quartier fest, wo ich, da ich keine zerstreuende Unterhaltung fand und mich überdies glücklicherweise keine Sorgen oder Leidenschaften störten, den ganzen Tag allein in einer warmen Stube eingeschlossen blieb und hier all die Muße fand, um mich mit meinen Gedanken zu unterhalten. Die Unterhaltung mit den eigenen Gedanken hat ein sehr ehrgeiziges Ziel. Während draußen der 30-jährige Krieg beginnt, der ganz Mitteleuropa in Schutt und Asche legen wird, möchte der Mann Ruhe, Ordnung und Klarheit. Er will zur absoluten und letzten Gewissheit über sich und die Welt vorstoßen. Zunächst stellt er die Regel auf, nichts für wahr zu halten, was sich nicht klar und deutlich erkennen lässt. Und er zweifelt an allem, an dem es sich zweifeln lässt. Seinen Augen kann man nicht trauen, auch nicht in anderen Sinnen. Man kann sich zu leicht täuschen. Zweifelnd tastet er sich vorwärts. Auch dem Denken darf man nicht ungeprüft vertrauen. Könnte es nicht sein, dass ein böser Dämon auf einen einwirkt und zu falschen Schlüssen verleitet? Doch halt, gibt es nicht etwas, woran ich auf gar keinen Fall zweifeln kann? Denn wenn ich an allem zweifle, so kann ich doch nicht daran zweifeln, dass ich zweifle und dass ich es bin, der zweifelt. Und wenn ich weiß, dass ich, während ich zweifle, zweifle, so muss ich denken, dass ich zweifle. Es gibt also eine unbezweifelbare Gewissheit, ein erstes, allem anderem vorausgehendes Prinzip. Das Feuer im Ofen war noch nicht erloschen, als dieser Satz gedacht und ausgesprochen wurde. Aber danach war die Welt der Philosophie nicht mehr das, was sie vorher einmal war. Wer war dieser Mann, der an einem frühen Winterabend zu Anfang des Dreißigjährigen Krieges die Philosophie revolutionierte? Sein Name ist René Descartes. Er stammte aus einer adeligen Familie. Der Vater war Gerichtsrat am obersten Gerichtshof der Bretagne in Rennes. Seine Mutter stirbt 1597, ein Jahr nach seiner Geburt. Und Descartes verlebt die Kindheit bei der Großmutter. Mit acht Jahren besuchte er einen Jesuiten-Kolleg. Keine lustige Angelegenheit, aber als er mit 16 wieder herauskommt, verfügt er über eine glänzende, klassische und mathematische Bildung. Der begabte Schüler studiert Jura in Poitiers. Anschließend bewirbt er sich an einer Pariser Akademie für junge Adelige, um das bisher versäumte Leben nachzuholen. Er lernt Fechten, Tanzen, Reiten, Gutes benehmen und andere unentbehrliche Dinge. Aber er hat keinen Schimmer, was er damit werden soll. Erst zwei Jahrzehnte später wird er eine Gelegenheit haben, von einer dieser Künste Gebrauch zu machen. Er ersticht einen Kontrahenten bei einem Duell. Als 22-Jähriger tritt er abenteuerlustig in die Dienste des niederländischen Feldhahn Moritz von Oranien. Er lernt dabei viel über Naturwissenschaften. Vom Soldatenleben dagegen hält er eher wenig. Ziellos reist er bald darauf durch Dänemark und Deutschland, verdingt sich noch einmal bei der Armee, diesmal beim Herzog Maximilian von Bayern. Mit diesem nimmt er an der Eroberung Prags teil und besichtigt dort die Arbeitsstätte des Astronomen Johannes Kepler. Ihm wird klar, was er werden will. Ein Aufklärer, der Klarheit ins Dunkel der Wissenschaften bringt. Selbstbewusst träumt er von einer klaren, logischen und universalen Methode zur Erforschung der Wahrheit. Und er, Descartes, ist berufen, sie zu finden. Im April 1620 trifft der 24-Jährige in Ulm den Mathematiker Johannes Faulhaber. Im Handumdrehen löst Descartes eine sehr komplizierte mathematische Aufgabe, vor der, so schreibt er ganz unbescheiden selbst, die klügsten Köpfe der Zeit kapituliert hätten. Die Zeit ist reif für seinen Aufstieg zu einem Mann, der für jedes Problem eine einfache, kluge Lösung findet. Ein Jahr nach seiner Meditation in der Ulmer Bauernstube hängt er den ungeliebten Soldatenrock an den Nagel, pilgert nach Loreto und bereist Deutschland, Holland, die Schweiz und Italien. 1625 zieht er nach Paris und findet Anschluss in den intellektuellen Zirkeln der Stadt. Auf den Abendgesellschaften ist er ein häufiger Gast, aber seine Geselligkeit hält sich in Grenzen. Nach fünf Jahren verlässt er Paris und zieht in die aufblühenden Niederlande. Hier herrscht die größte geistige und religiöse Freiheit des Kontinents und Descartes will Gebrauch davon machen, um das lange vorbereitete große Werk zu schreiben. Sein gesellschaftliches Leben erlahmt. Sein einziger Austausch ist eine rege Korrespondenz, besonders gerne mit Damen. Der ganze Ehrgeiz gilt nun seiner Abhandlung über die Welt, aber das Buch geht nie in Druck. 1633 erfährt er, wie es seinem italienischen Kollegen Galileo Galilei ergangen ist, der seinen neuen naturwissenschaftlichen Vorstellungen vom Kosmos und von der Welt, von der Inquisition widerrufen musste. Die katholische Kirche ist ein gefährlicher Gegner, auch für einen Mann wie Descartes, der an Gott glaubt, aber an einen vergleichsweise abstrakten Gott, den er als höchstes Prinzip zu beweisen sucht. Obwohl es in den Niederlanden toleranter zugeht als in Italien oder in Frankreich, wechselt Descartes vorsichtig und rastlos seinen Wohnsitz. Er verfasst Schriften über Geometrie, Algebra und Physik und schafft sich als Mathematiker einen exzellenten Ruf. Erst 1637 veröffentlicht er jenes Buch über sein inzwischen 18 Jahre zurückliegendes Gedankenspiel, das die Welt auf eine Wohnstube mit Ofen schrumpfen lässt und seine berühmte Formel »Ich denke, also bin ich« enthält. Ein schmales Bändchen zum Gebrauch für jedermann. Die Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauch und der wissenschaftlichen Wahrheitsforschung. Zur Sicherheit erscheint das Werk anonym. Der Verfasser spricht sich gleichwohl schnell herum. Descartes erfreut sich großen Ruhmes, doch seine Arroganz und sein tiefes Misstrauen machen ihn empfindlich gegenüber jeder Kritik. Seine nächsten, gedanklich sehr ähnlichen Werke erfahren mancherlei Widerspruch in seiner näheren Umgebung in Leiden und Utrecht. Descartes Misstrauen wächst sich zur Paranoia aus. Mehrmals denkt er an einen Umzug nach England, macht fluchtartige Reisen nach Frankreich und folgt 1649 einer Einladung seiner Brieffreundin, der schwedischen Königin Christine. Doch der Aufenthalt im winterlichen Stockholm kostet ihn das Leben. Die Königin besteht auf einem frühen Unterricht in einem ungeheizten Zimmer. Im Februar 1650 erliegt der 53-Jährige einer Lungenentzündung. Was hatte Descartes geleistet? Zunächst einmal hatte er eine Methode eingeführt, nur das als richtig zu akzeptieren, was durch eine schrittweise und lückenlose Beweisführung erwiesen wird. Und er hatte das Ich zum Zentrum der Philosophie gemacht. Hatten die Philosophen zuvor versucht herauszufinden, wie die Welt an sich ist, so hatte Descartes einen ganz anderen Zugang gewählt. Wie die Welt an sich ist, kann ich nur herausfinden, wenn ich ergründe, wie sie sich meinem Denken darstellt. Denn alles, was ich über die Welt weiß, weiß ich nicht durch irgendeine objektive Vogelschau, sondern einzig und allein durch das Denken in meinem Kopf. Friedrich Nietzsche nannte Descartes dafür später den Großvater der Revolution, welcher der Vernunft allein die Autorität zuerkannte. Descartes hatte eine Antwort auf die Frage gegeben, woher weiß ich, wer ich bin? Durch mein Denken. Und diese Antwort war viel besser als alle Antworten zuvor, selbst wenn bereits der Kirchenvater Augustinus im vierten Jahrhundert eine ähnliche Formulierung gefunden hatte. Wie sich später herausstellte, hat die Beweisführung allerdings einige Schwächen. Denn die Formel ist nicht so völlig ohne Voraussetzungen, wie Descartes meint. Um meinen Zweifel an allen Dingen dieser Welt zu formulieren, benötige ich nämlich eine hinlänglich funktionierende Sprache. Die Sprache aber wird von Descartes nicht angezweifelt. Er benutzt sie ohne jeden Zweifel daran, dass man sich durch Wörter, Sätze und Grammatik ja vielleicht auch täuschen könnte. Andere Philosophen haben kritisiert, dass Descartes keine Unterscheidung macht zwischen Verstand und Vernunft. Ist denn das, was verstandesgemäß ist, auch unweigerlich vernünftig? Werden hier nicht zwei Bedeutungen miteinander vermischt? Ein dritter Kritikpunkt ist, dass Descartes sich sehr viel Mühe gibt, das Denken zu ergründen. Aber was das Sein bedeutet, dazu fällt ihm nicht sehr viel ein. Und genau dies ist der Punkt, an dem es sich lohnt, einzuhaken. Descartes war ein ungeheuer, einflussreicher Philosoph, einer der einflussreichsten überhaupt. Auch wenn er zunächst heftig angefeindet wurde, war er eine Galleonsfigur für viele neue Ideen über Körper, Gehirn und Geist. Doch so stark er darin war, das Denken zu ergründen, so schwach war er im Nachhinein betrachtet bei seiner Vorstellung vom menschlichen Leib. Denn der Körper ist eigentlich nur ein Klotz am Kopf. Mit kalter Lust führt der Mechaniker des Geistes seinen Lesern vor, dass der Leib aller Lebewesen nur eine Gliedermaschine ist, ein Automat oder ein Uhrwerk. Die körperlichen Organe funktionierten wie die Automaten in den Wassergärten des 17. Jahrhunderts. Aus Nerven wurden Wasserleitungen, die Hohlräume im Gehirn erschienen als Vorratsbehälter, die Muskeln glichen mechanischen Federn und die Atmung schließlich den Bewegungen in einer Uhr. Und all dies steuerte ein kleiner Mann im Gehirn, die Zirbeldrüse. Den Körper des Menschen zu einem physikalischen Mechanismus zu erklären, war der letzte Schrei in den Naturwissenschaften. Und Descartes war darin sehr beschlagen. Fast über Nacht wurde er zum Chefideologen einer neuen Sicht des Körpers. Und gegenüber seinen meist kirchlichen Kritikern konnte er sich sehr nüchtern, modern und fortschrittlich fühlen. Lebter Descartes in der heutigen Zeit, wäre er bestimmt ein Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz oder ein berühmter Hirnforscher geworden. Deshalb ist es sehr reizvoll, sich vorzustellen, was Descartes wohl heute über das Verhältnis von Geist und Körper denken würde. Was würde er seinem alter Ego vor knapp 400 Jahren entgegnen, wenn er sich heute noch einmal zur Meditation zurückziehen und eine klare und nüchterne Suche nach den letzten Gewissheiten über den Menschen und die Welt unternehmen würde? Frühjahr 2007. Ein weiß gestrichener Holzbungalow mit großem Vorgarten und schönem grünem Rasen, unweit von Boston. Hier lebt der Hirnforscher René Descartes Jr. Er sitzt in seinem Wohnzimmer unweit des Kamins. Seine Kleidung ist leger, Korthose, ein kariertes Hemd, darüber ein Strickpullover. Er lehnt sich zurück auf seinem Sofa und erzählt. Ich befinde mich in den USA, wohin mich die Karriere von Frankreich über die Niederlande geführt hat. Und jetzt, wo ich gerade von einer Fachtagung am National Health Institute in New York zurückgekommen bin und das Semester noch nicht wieder begonnen hat, sodass ich glücklicherweise nicht durch Vorlesungen und Fachprüfungen abgehalten werde, finde ich die Muße, um mich mit meinem Gedanken zu unterhalten. Und da ich beschlossen habe, an allem zu zweifeln, was nicht klar und eindeutig ist und sich nicht lückenlos ergründen und darstellen lässt, weil nur dieser Weg zur Wahrheit führt, sehe ich mich als erstes gezwungen, an jenen falschen Gewissheiten zu zweifeln, die die Philosophie so ungeprüft in die Welt setzt. Fangen wir an mit jener unheilvollen Trennung von Leib und Bewusstsein, die mein alter Ego vor langer Zeit zwar nicht erfunden, aber doch äußerst radikal in der Philosophie verankert hat. Die einzig wirkliche Wahrheit aber ist, Geist und Körper lassen sich nicht trennen. Denn wer im Gehirn das eine vom anderen zu unterscheiden versucht, kommt auf keinen grünen Zweig. Das Gehirn ist nicht eine Hardware, die mit dem Geist als Software ausgerüstet ist, sondern beides spielt auf eine untrennbare und sehr komplizierte Weise zusammen. Der Satz »Ich denke, also bin ich«, so berühmt er auch ist, hat leider einen uneingenehmen Beigeschmack. Denn er sagt nicht allein, dass ich nur mithilfe des Denkens von mir und meinem Dasein weiß. Er legt auch nahe, dass Denken und das Bewusstsein vom Denken die eigentlichen Grundlagen des Seins sind. Und da dieses Denken streng losgelöst vom Körper stattfinden soll, unterstreicht der Satz die radikale Trennung vom spirituellen Geist und biologischem Körper. Das, was mein alter Ego damals zu Papier brachte, kann kein Hirnforscher heute noch unterschreiben. Ich erkannte, dass ich eine Substanz sei, deren ganze Wesenheit oder Natur bloß im Denken bestehe und die zu ihrem Dasein weder eines Ortes bedürfe, noch von einem materiellen Dinge abhänge, sodass dieses »Ich«, das heißt die Seele, wodurch »Ich bin«, was »Ich bin«, vom Körper völlig verschieden ist und auch ohne Körper nicht aufhören wird, alles zu sein, was sie ist. Wäre das richtig, dann wäre der Geist ein Gespenst in einer Maschine. Aber es ist falsch. Denn es gibt keinen getrennten und unabhängigen Ort namens »Geist« im Gehirn. Das wäre in etwa so unsinnig, als wenn wir glauben würden, es gäbe einen Ort namens »Universität«, getrennt und unabhängig von Gebäuden, Straßen, Rasenflächen und Menschen. Dagegen weist die Hirnforschung heute, dass sich weder die Gefühle noch die höchsten geistigen Tätigkeiten vom Aufbau und der Arbeitsweise des biologischen Organismus trennen lassen. Wäre das möglich, dann hätten die Hirnforscher nämlich überhaupt keine Arbeit. Sie brauchten keine Hirnareale zu untersuchen, keine elektrischen Verbindungen zu markieren und keine chemischen Stoffe zu benennen, denn all dies hätte mit dem Geist gar nichts zu tun. Natürlich lässt sich der Geist auch nicht einfach umgekehrt erkennen. Es genügt nicht, eine Region im Gehirn anzukreuzen und ein paar Stoffe aufzulisten, um zu sagen, dies ist der menschliche Geist. Das menschliche Bewusstsein ist ein Zusammenspiel des Körpers und seiner Erfahrung mit der Umwelt. Um unseren Geist zu verstehen, müssen wir ihn nicht nur in unserem Gehirn verankern, statt in einem körperlosen Raum wie bei Discard, sondern wir müssen auch lernen, ihn aus unserem ganzen Organismus zu verstehen. Unsere Sinne, unsere Nerven und unsere Neuronen handeln alle im Austausch mit unserer Außenwelt, mit dem, was wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Die Frage, woher ich weiß, wer ich bin, lässt sich also in etwa so beantworten. Ich weiß, wer ich bin, weil meine Sinnesignale an Nervenzellen im Gehirn weiterleiten, wo sie sich in komplexen Schaltkreisen ausbreiten, so komplex, dass sich daraus auch etwas so wunderbar Kompliziertes und Abstraktes ergibt, wie ein Wissen um mein eigenes Denken und eine Vorstellung von meinem Dasein. Soweit der moderne Hirnforscher aus Boston. Doch sein nun arg ramponierter Vorgänger aus dem Dreißigjährigen Krieg hat noch ein letztes Ass im Ärmel. Hat der Hirnforscher tatsächlich die Frage beantwortet, woher weiß ich, wer ich bin? Um festzustellen, wie mein Gehirn funktioniert und um zu beschreiben, wie meine Sinne und meine Nervenzellen mir ein Bild von mir selbst zuspiegeln, muss ich diese Gedanken denken. Alle diese Dinge, so real sie sein mögen, sind also zunächst einmal Gedanken und Vorstellungen in meinem Kopf. So gesehen ist also doch etwas dran an dem Satz Ich denke, also bin ich. Man sollte ihn aber besser nicht so verstehen, dass mein Denken mein Sein ausmacht, dass es also allein aufs Denken und auf nichts anderes ankommt. Das ist falsch. Aber wenn ich sage, dass einzig und allein mein Denken mir eine Vorstellung von meinem Sein gibt, dann ist der Satz richtig. Es gibt also zwei ganz verschiedene Zugänge zu meinem Sein. Ich kann bei meinem Denken anfangen und fragen, woher meine Gewissheiten kommen. Dies ist der Weg des Descartes und mit ihm der Weg der neuzeitlichen Philosophie. Der Weg der Selbstbeobachtung hat sie weit gebracht. Er hat sie zu einer sehr reflektierten Betrachtungsweise geführt, die alle Behauptungen über die Welt auf ihre subjektiven Ursprünge zurückführt und überprüft. Als wissenschaftliche Erkenntnistheorie allerdings ist dieser Weg an seine Grenzen gestoßen. Aufregendes Neuland lässt sich hier kaum noch erschließen. Der zweite Zugang untersucht den Menschen so, als ob es auf den Betrachter selbst und seine ganz persönlichen Wahrnehmungen und Gedanken dabei gar nicht ankommt. Das ist der Weg der modernen Naturwissenschaften. Er ist weniger reflektiert, aber er gewinnt zurzeit überall spannendes Terrain. Die Art der Erkenntnis, die beide Wege vermitteln, könnte also verschiedener kaum sein. Für viele Hirnforscher ist ihr Zugang zum Geist der einzig Richtige. Was früher Philosophie war, soll heute Neurobiologie werden. Will der Mensch wissen, wer er ist, so muss er sein Gehirn verstehen lernen. Die Hirnforschung ersetzt die bisherigen Spekulationen über menschliches Fühlen, Denken und Handeln durch eine illusionslose naturwissenschaftliche Forschung. Doch viele Hirnforscher übersehen leicht, dass auch sie nicht auf dem Weg zu einer absoluten Wahrheit sind. Jede Naturwissenschaft ist selbst ein Produkt des menschlichen Geistes, den sie mit seinen eigenen Mitteln erforschen will. Und das Erkenntnisvermögen des menschlichen Geistes steht in einer direkten Abhängigkeit zu den Erfordernissen der Anpassung im Zuge der menschlichen Evolution. Unsere Gehirne sind ja nur deshalb so, wie sie sind, weil sie sich offensichtlich im evolutionären Wettbewerb bewährt haben. Ihre Aufgabe in Regenwald und Savanne aber war niemals die völlig objektive Erkenntnis der Welt. Kein Wunder also, dass sie nicht optimal auf diese Aufgabe ausgerichtet sind. Wenn das menschliche Bewusstsein nicht nach dem Kriterium einer absoluten Objektivität ausgebildet wurde, so vermag der Mensch, wie gesagt, nur das zu erkennen, was der im Konkurrenzkampf der Evolution entstandene kognitive Apparat ihm an Erkenntnisfähigkeit gestattet. Die Einsichten der Naturwissenschaften unterliegen typisch menschlichen Erkenntnisbedingungen. Wären sie davon unberührt, so gäbe es in den Naturwissenschaften keinen Fortschritt, keinen Widerspruch und keine Korrektur. Auch die Kriterien der Forschung, wie Widerspruchsfreiheit, Wiederholbarkeit und Gültigkeit, sind keine autonomen Kriterien, sondern entsprechen dem menschlichen Erkenntnisvermögen zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Wissenssituation. Was Naturwissenschaftler noch vor 100 Jahren für völlig unbezweifelbar gehalten haben, darüber schütteln wir heute den Kopf. Und warum sollte dies in den nächsten 100 Jahren anders sein? Für Philosophen ist es deshalb nach wie vor ein legitimer Ansatz, ihre Gedanken beim denkenden Ich anzufangen, das sich Stück für Stück die Welt entschlüsselt. In dieser Hinsicht ist Descartes heute nicht weniger modern als vor fast 400 Jahren. Aber natürlich sollten sie dabei einsehen, dass sie nicht losgelöst von und auch nicht mit Hilfe des Gehirns denken. Das Gehirn denkt und es erzeugt auch mein Ich, das denkt, das es denkt. Wobei, hatte Descartes eigentlich recht, als er das Wort Ich benutzte? Hätte er nicht sagen müssen, wenn es unbezweifelbar ist, das im Zweifeln gedacht wird, so muss es das Denken geben, statt Ich denke, also bin ich. Hätte es da nicht heißen müssen, da sind Gedanken? Was soll denn eigentlich dieses Ich sein, das da mal eben so unter der Hand mit ins Spiel gebracht wird? Die Mach-Erfahrung. Wer ist Ich? Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, wie euch dieses Kapitel gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, und das nächste Kapitel, abonniert einfach meinen Kanal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.